die goldene reinheit hier in neo2 mit uns christian angel 3000 und natürlich rolf utaku hallo genau ja wir begrüßen uns wieder herzlich wieder zurück auf der blessing 5 hier mit neo2 in der letzten folge haben natürlich den weg des schattens also die quest 3 schatten abgeschlossen aber mir ist aufgefallen da fehlt noch was denn das wurde eine weitere nebenquests freigeschaltet und die werden wir heute angehen denn die goldene nation steht hier am start mit drei kutamas und ja würde ich sagen sonst schwert der weisheit sutra und hobelschneider kriegt man hier raus mal gucken wie weise die waffen sind ich würde sagen starten wir direkt durch oder bist du bereit so in der zwischenzeit haben wir noch mal die blutroter schnee oder so jetzt bei uns so ich habe auch wir haben durch mehrere mal hin und her spielen paar mal haben wir eine neue habe ich eine neue waffe freigeschaltet und habe es mir natürlich auch gleich herstellen lassen doppelklingen ja ok ja sehr schnell naja ja das ist ja die untere haltung und die obere haltung ok wir bleiben bei der unteren haltung mal gucken wie viel schaden die fuß hat und ich würde sagen wir starten einfach mal direkt durch schon mal gucken wenn ich einen kleinen gegner finde wie das aussieht also da ist zu also ab nach rechts links links rechts schwäche kenne ich genau open the door dagegen hört man hier schon ja hier hinten da sitzen sie gemütlich rum chillen ihr leben so 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 was hast du gemacht dass die alle gekommen sind du hast geschossen also halt mich mal da raus hier ne ne alles gut alles gut konnte ja keiner wissen dass hier hinten auch noch welche sind so da ist so ein großer oh guck mal wer da vorne läuft aber lass mal dass wir uns hinten kaputt machen bevor er uns hier in die enge treibt ja okay da kommt noch ein anderer ich kümmere mich über die Großen mal okay wenn es okay ist dann guck wenn ich fertig bin komme ich direkt zu der Wiese ich bin tot nicht mit mir oh oh ich habe keine energie zwingen mehr okay bin grad bist du verwirrt hier schießt hier schießt einfach noch um die Bogen nach da oben ja da oben ich habe ich habe keine heilungstränke mehr schon zu viele verballert das ist bisschen verwirrt also ich bin verwirrt so hast du vielleicht falsche Dinge falsche Seite ne naja dann muss ich dich heben heilen ja ok ok kriegen wir schon irgendwie hin bin optimistisch von oben schießen da schießt jetzt jemand anders yo du kannst die gerne anpullen hier oder soll ich ok scheitert auch nicht schrank zu sein irgendwie ne überhaupt nicht hm kein Kern oh man schade Attacke Geronimo er wusste nicht auf wen er ziehen sollte jetzt das war gerade überfordert haha der Opel ist ein Axtkämpfer äh die sind echt anstrengend wir haben hier noch was zu suchen vergisst das hm ja genau ja genau ja genau ok kein Ding ok wieder drauf schießen würde ich sagen soll ich? ja ich hab keine Militze auf die große ja ich hab nicht ok ok ich hab gar nichts gesehen ich auch nicht ich hab einfach mal gedrückt hat aber gut funktioniert oh ich hab wieder zwei Energie ok sehr schön aber so so ok miris sagt was ne ja ja die gute Frage ist halt jetzt ähm wo ist der Boss also wo ist das Endgame von diesem Level also Endbereich geht die Tür hier auf aber mehr gibt es hier auch nicht ich nehme mal den hier mit ja ja kann auch hier aufs Dach da so ein Schatten ich würde sagen wir gehen wieder zurück ich tu dann den einen dann an uns Flocken ich habe den Kopf getroffen ich habe den Kopf getroffen ich glaube wir haben beide getroffen ich glaube wir haben beide getroffen jetzt hab ich gerade ok komm alles klar da schießt hier niemand ich habe keine Pfeile mehr da musst du jetzt aber das da musst du jetzt aber das ok dann lass uns erstmal noch die anderen machen oh ok das sind eigentlich kein vollkommen viele vollkommen viele hab ihn der Officer ist defeated da haben wir es gewinnen und gleich der erste von drei das ist der hallo kleiner Freund du 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 ok ok okay ich will jetzt doch mal kurz was checken am Anfang haben wir doch auch noch ein Tor gefunden jetzt sehe ich nichts mehr. Wir könnten auch noch nach oben. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Das ist also dann der Shortcard. Hoppala, daneben. Gucken wir mal oben hier. Ein Gegner. Der Ninja. Von der anderen Seite verspät. Von der anderen Seite geöffnet werden. Ah, okay. Ja, dann müssen wir wieder runter. Durch die Hütte. Durch den Garten. Um. Oh. Ah. Oh, ich kann. Was weiß ich. Ja. 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 Okay, scheitern wir nicht vorbei zu sein, okay. Wir könnten aber hier hoch. Aha, hier oben drinnen bestimmt das letzte dann, würde ich sagen gucken muss hier oben erstmal ein bisschen um, ob wir was finden, nee, hier hat nix, ich habe ja leider gefunden. Leider hast du es gefunden. Wow, die Leider sind echt hoch. Au, 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 ich bin tot. Warte, nix machen, nix machen. So, ich habe einen Elixir bekommen. Oh, du heisst ihn auch. Ne, bleib ich da stehen. Ich habe da einen Freund gefunden. Okay. Was ist der zweite? Achstyp. Okay. Kommen wir mal den Schild weg. Komm her, komm her. Ich bin da. Na da drüben. Ja. Ah, tausend. Tausend. Oh, tausend. Ich sehe nur einen. Eine Million. Okay. Alles klar, dann... Gut. Ja. Kann ich auch. Mit dem haben wir jetzt nicht gehört, ne? Na viel Schaden macht das nämlich ein Verlier. Hm? Ich versuche ihn. Gib ich dem ab! das ist ja interessant das wort ist jetzt gerade normal oder war das eher verwirrend hier ist die tür na ja das hat andere ok gut ja dann gehen wir wieder zurück kommen wir hier unten rein wieder ich glaube wir müssen hier runter springen auf der linken seite dass wir den unteren gang noch machen also da ist die treppe mit ihnen nicht schon hier ist immer noch nicht lang gelaufen gott ist von der anderen seite hilf mir ja warte mal ganz kurz ich muss mal hier holläden runter machen das blendet mir gerade zu viel und wieder da so das händen ist ja ist und cool denn dann ist und cool ok da ist es nur der Okay. So, mache ich hier mal auf. Ah ja, stimmt, okay. Ob man da rein kann, darunter? Weiß nicht. Nee, das ist der abgegrenzte Bereich. Okay, der letzte muss ja im Endeffekt nur noch in diesem Gebäude sein. Ja, das ist das Ziel, ne? Ich glaube, das ist das Ziel. Ja. Da waren ja auch noch nicht überall. Sicher? Ich dachte schon. Das ist ja der Raum. Oben könnten wir von oben runter. Aber was das bringt, kann ich hier auch nicht sagen. Hier drin waren wir noch nicht. Ist von da. Die scheint verschlossen zu sein, okay. Also können wir nicht öffnen. So, also wo haben wir jetzt einen Kutama gefunden eigentlich? Draußen im Hof. Also hier im Hof da. Oben in diesem Gebäude. Hm, hier kann man rein. Hä, wie bist du da hoch jetzt? Hä? Und hier ist der letzte Kutama. Und hier ist der letzte Kutama. Was machst du? Nur ein Ninja erweckt. Ich bin auf dem Weg. Bei mich. Na ja. Du darfst nicht kommen. Ist schon erledigt. Okay. Dürfen wir halt jetzt nicht runterfallen. Oder. Wenn wir noch einen Begleiter wollen. So. Wir haben auch hier beide. Genau. Und dort drüben geht es noch kein Item. Ja. Ich gehe als erstes. So. Wir können ja mal am Rand laufen. Das geht ja auch ganz gut. Wir fahren mal nicht so schnell runter. Ah. Jetzt können Sie mir in den Raum gehen. Ja. Und runterspringen. Nö. Ich würde da drüben noch so einen Begleiter holen. Wenn es okay ist. Sicher. Sicher. So. Dann müssen wir. Hier scheint irgendwie noch ein Gegner zu sein. Sicher. Ich höre nichts mehr. I don't know. Okay. Gut. Dann hier runter bei der Treppe wieder. Dann den Gang nach hinten rennen und dann ja. So. Kommen wir zum Ende. Mal gucken, was da für ein Gegner auf uns wartet. So. Kannst du den dann jetzt machen? Okay. So. Vorbereiten. Okay. Let's go. Oh. Ne. Der. Nö. Uncool. Oh. Der hat doch richtig Schaltung rein. Aha. Uh. Oh. 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 Hey! Geh mir aus dem Weg! Let it go! Let it go! Okay, ich muss ein bisschen defensiv spielen. Okay, die hat die Kugeln verloren. Warte hier, meine letzte Seite. Ja, okay. Jetzt schmeißt er die Kugeln. Pass auf die Energie auf bei dir. Hallo, bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich hab dich. Na ja, EGIS. Perfekt. Easy. First Strike! Du hast einen russigen Schlüssel erhalten. Ah, jetzt können wir vielleicht die Tür da hinten öffnen. Aber warum? Mal gucken. Weil es anscheinend hier noch nicht zu Ende ist. Oder hier? Einfach mal durchbrechen. Das ist das einzige, was nichts zu stört. Wenn ich... Die Scheiße. Der Stuhl war kaputt. Entschuldigung, gut. Okay. Jetzt kommt noch ein Bossfight. Pass auf. Ich glaub der Schlüssel ist für hier. Rausseger Schlüssel verwendet. Okay, der... Ich... Ne, der hat Asthma. Den können wir nicht gebrauchen. Ja. Kannst du schnell alles kaputt machen hier. Warte kurz mit dem sprechen. Ja. Müssen wir. Oh, Du hast gut, du? Du hast eigentliche Cannabisbraten. Du hast also eine Runde. Du hast eine Runde. Du hast du alles�� gesetzt. Wir изменieren. Hier können wir nicht. Im Gegensatz zu uns kommen. Die Runde. Was ist das ganz, dass du ein Schmuck besuchst? Es ist auch ein Schmuck. Das heißt sauber, Du hast du das Ge­le mitge 있는. Die Gugge恭喜. Seh den Stein. Mission completed. Okay. Dann ab zurück. Erfolgreich. Ohne zu sterben. Ohne zu versagen. Was anderes. Seelenkerne. Was haben wir denn da? Rotz. 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 Was ist das denn für einer? Ich habe einen Teso Seelenkern. Das ist Pupsen. Okay. Alles Schmarrn. Schattenmission die Einladung des Wunderkinds freigeschaltet. Aha. Noch eine Mission. Im Schatten. Ne. Hä? Morgendämmerung? Ne. Aber wahrscheinlich so. Online Mission. Was? Online Mission? Gibt es ja auch. Keine Ahnung. Was? Ich habe einfach mal irgendwas gesagt. Ich bin gerade total verwirrt. Dankeschön. Gut. Ja gut. Ich auch. Das passt. Wir beide führt. Okay Leute. Dann tun wir hier mal einen Schnitt machen. Wir haben die Mission erfolgreich absolviert. Und in der nächsten Folge gehen wir die Morgendämmerung an mit der Hauptmission. Durchdringendes Wasser. Bis zu stillem Wasser oder hartes Wasser. Wie hart es wird. Oder stille Wasser sind tief. Ja stille Wasser sind tief. Genau. Lassen wir es einfach mal so stehen und mal schauen was uns dann erwartet. Und mal gucken wie weit wir kommen und ob wir das schaffen. Und ja. Checken wir einfach mal die Lage. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Atmen sollten wir nicht vergessen.